Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shot of Thrones. Äh, äh, wie, war, wo, war, äh, wo ist das hin? Tschüss? Das Ding ist einfach weg. Das Spiel mobbt mich. So, jetzt werden wir nämlich die Seile brauchen. Und die Armbrust. Oh, da können wir wieder eine Runde schießen. So, das Hammer. Dann holen wir uns jetzt noch die Armbrust. Oder auch nicht. Oh, da können wir die Runde schießen. Oh, da können wir die Runde schießen. Aber wie wollen wir da rüberkommen? Wir brauchen die Armbrust. Ah. Ja, nachdem wir das. Hallo? Oh. 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 Jetzt ist die Frage, muss man noch Bolzen finden? Wir brauchen noch einen Bolzen. Haha, da haben wir schon einen, das war nur ein Haken aber ok. Okay. Those rings on the bridge are perfect targets. Hey! Scheiße! Das ist Wasser. The bridge is ready. Now I must cross it. Wow! Wow! Nice! Jetzt zum Beschenk ich ganz verarschen. Ey, ich drück doch. Ey, wie lange mache ich das nicht mehr mit? Ne, wir überspringen das jetzt nicht mehr rechts. Die ganze Zeit A und D. Was soll das? Ich muss da noch die Platte untersuchen. Bei mir im Labor. Ich sehe das Symbol in den Tunnels, unter dem Frigidarium. Ich sehe das Symbol in den Tunnels, unter dem Frigidarium. Das ist jetzt die Frage. Stopp mal. Poseidon, Stier, Brücke und dann das andere. Also, Gamer macht Platz. Watson. Ich muss das nicht mehr aufpassen. Äh. Okay, das war der falsche Weg. Ich geh mal jetzt ins Netz hier lang. Wenn mir das angezeigt wurde. Das ist immer wohl richtig. Ich glaube, wir sind wieder am Anfang. Ne, Sackgasse. Eine Sackgasse. Eine Sackgasse. Dann gehen wir hier. Zum Kranz, oder was das immer ist. Kannst du das? Oh, ha. Ja. Oh. 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 Oh, ha. Das war jetzt pures Glück. Aber die liegen dort auch gerade ganz anders da. Wow. Das war jetzt mal pures Glück, muss ich sagen. Ähm. Ich glaube, wenn wir hier reingehen, kommen wir nebenan wieder raus. Ja, war klar. Also muss man hier bei diesem Ameisen-Ding oder Spinne oder was das ist rein. Äh? Äh? War ich hier nicht? Hier war ich doch schon. Äh? Was zum Teufel? Ja, was flüstern? Wir gehen erstmal da lang. Okay, das ist zu. Geh mir aus dem Weg, Watson. Das ist fett. Das war laut. Ja, was ist hier? wir kommen wieder ran watson i need your help Okay, warte mal, das war jetzt falsch. Ach du Heimatlanz. Äh, da haben wir Wotzer eingesperrt. Äh, Kuh loslassen. Hm, jetzt können wir mit dem da reingehen. Okay, cool. Geil. Für was ist jetzt der Hebel? Ah, jetzt geht die Tür wieder auf, oder wie? Ah. So, was uns da oben erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt uns schon bald genießt den Tag und Bye Bye. Tschüss. 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 Tschüss.